Alles klar, jetzt, jetzt. Ich hab's selbst erklärt, genau das war die Frage, okay. Wie heißt du, ist die erste Frage und los geht's. Mit wem hast du das Letzte telefoniert? Lars Bender. Wer ist der Held deiner Kindheit? Mit meiner Mom. Von welchem Spieler hast du das Letzte sein Trikot gehabt? Subazzo Zora. Mit wem sitzt du in der Kabine? Von meinem Bruder. Wer ist der beste Innenverteidiger aller Zeiten? Lukas Radetzky. Auf was kannst du gut verzichten? Sammy Hyppie. Meer oder Berge? Auf schnelle Autos. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Berge. Pizza oder Pasta? Prinzenrolle. Was ist deine Lieblingsband? Pasta. Für welchen Verein spielst du aktuell? Metallica. Welche Farbe haben deine Fußballschuhe? Bayer Leverkusen. Und deine Haare? Weißblau. Wie heißt Ulf Kirsten mit Vornamen? Kurz. Wann war die Fußballwärme in Deutschland? Ulf. Wie lautet deine Rückennummer? 2006. Wo warst du zuletzt im Urlaub? Acht. Wo bist du geboren? In der Heimat. In welcher Stadt steht der Eiffelturm? Rosenheim. Das ergibt 5 minus 2. Paris. Wie viele Tore willst du in dieser Saison schießen? Drei. Was ist deine Schuhgröße? Vier. In welchem Jahr bist du geboren? 44. Wie groß bist du? 89. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer war das jetzt? 1,84. Danke. Alter, das ist gut. Das ist gut. Was war das nochmal mit Ulf Kirsten? Ich habe doch der Irgendwo gesagt. Hier ist der Foto von Ulf. Ah super, da war es sogar richtig. Da war ich völlig raus. Da war ich völlig raus. Da war ich völlig raus.